Hallo liebe Freunde, das Ungarn-Neutsche Kultur- und Informationszentrum und Bibliothek feiert dieses Jahr seinen 15. Geburtstag und wir starteten ins Jubiläumsjahr gleich mit einem Jubiläum, denn am 30. Januar veranstalteten wir unser 100. Programm in der Reihe von Zentrumprogrammen im HDU. Auf diesem Wege danken wir allen Mitwirker und allen Gästen, die seit 2013 dabei waren. Und Fortsetzung folgt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017